Hier, ne? Einfach runterreißen. Da kann man es jetzt super sehen, ne? Die ist definitiv kaputt. Rein das Ding. Ja, funktioniert, ne? Heute mal ein neues Opel Meriva Video für euch. Haben lange kein Opel Meriva Video, glaube ich, gedreht, ne? Ist schon ein bisschen länger her. Aktuelles Problem, wir haben das Fahrzeug gestern abgeholt im Schnee. Ich blende euch dazu jetzt mal ein, zwei Kurzvideos ein. Dann könnt ihr mal sehen, wie wir am Schnee unterwegs waren, wie wir das Auto abgeholt haben. Johann, steht doch da direkt ganz vorne. Wir sind jetzt den ganzen Weg hier reingelaufen, bis dahin hingelatscht und das Auto steht direkt hier vorne. Ist auch gar nicht so eingeschneit. Ich nehme mal mit zum Auto hier. Heute bin ich ein bisschen außer Puste jetzt hier. Wir sind zwei Kilometer hier über den Platz gelatscht und ja, da ist das Schmuckstück. 2009er Opel Meriva Halbautomatik. Vorne sehe ich jetzt schon auf den ersten Blick relativ neue Reifen drauf, Winterreifen und die unschönen Stellen oder die unschöne Stelle war, glaube ich, auf der anderen Seite. Ich weiß gar nicht, ob wir die jetzt sehen können. Genau, an der Stelle hier. Schauen wir, ob wir das in Stand setzen oder das Fahrzeug dafür günstig inserieren. So, wir schmeißen jetzt noch eben Kennzeichen drauf, machen Kennzeichen da dran, machen Kennzeichen dran. Jetzt ab zurück, nochmal zwei, drei Worte zum Meriva. Also wir haben wirklich jetzt nachgeschaut. Andere Seite hatte ich das gesehen. Es sind neuwertige Allwetterreifen drauf. Haben wir hier DOT 1123. Ja, 1123. Also die sind ganz frisch. Und die Royals und Kilometerstand wollte ich euch nochmal zeigen. Wir haben den 1,6 Liter Motor. Das habe ich noch nicht erwähnt. Mit 105 PS. Die Halbautomatik haben immer den 105 PS, beziehungsweise den 1,6 Liter Motor. Gibt es nicht mit dem 1,4 Liter Motor. Und ich glaube auch nicht als Diesel. Und hier das geilste Kilometerstand. 45.312 Kilometer. Da könnt ihr den Jungen nochmal sehen. Der macht jetzt gerade hier die Kennzeichen vorne drauf im Schneesturm. Und ja, wir sehen uns dann die Tage wieder in Duisburg. Bis dann. Ciao. So, also folgendes Problem. Vermuten wir, die Zentralverregelung geht nicht. Ich habe da ein Vorschau-Bild natürlich schon gesehen. Man kann hier sehen, das ist blinkend. Sieht man es in der Kamera? Aber, komm mal mit, der Fehler ist hier halt. Ich drücke hier, ne? Hier tut sich halt nichts. Also die komplette Zentralverriegelung an allen vier Türen funktioniert nicht. So, meine Vermutung ist, da es gestern kalt war, eisig war, schneeig war, alles eingefroren war, Auto war jetzt nicht so zugeschneit, Gott sei Dank. Aber ich gehe mal davon aus, dass es ganz einfach mit der Kälte zusammenhängt, dass irgendwo was festgefroren war und beim Auf- und Zuschließen ist die Sicherung rausgeflogen. Das ist das, was ich jetzt vermute. Und für alle, die das Video sehen, die jetzt nicht unbedingt eine Opel Meriva haben, sondern auch ein anderes Fahrzeug haben, wo alle vier Zentralverriegelungsschlösser, Schlösser, Stellmotoren, wie auch immer, ihr wisst, was ich meine, nicht funktionieren, ist das Erste, was man eigentlich machen sollte, so habe es ich zumindest gelernt und mache es heute immer noch so, auch bei vielen anderen Sachen im Fahrzeug, wenn die nicht funktionieren, Sicherung gucken. Also in Erfahrung bringen, das habe ich jetzt für euch bei dem Auto schon gemacht, braucht ihr in dem Fall natürlich nicht mehr machen, den richtigen Steckplatz finden, die Sicherung kontrollieren, ob die in Ordnung ist und ein Tipp von mir, selbst wenn, ich sage mal, in dem Fall haben wir jetzt hier Steckplatz 19 für die Sicherung, das zeige ich euch auch gleich, ich weiß noch nicht mal, ob die Sicherung kaputt oder ganz ist, das habe ich jetzt selber noch nicht geschaut und ich weiß auch nicht an der Stelle, selbst wenn die Sicherung kaputt sein sollte und wir machen jetzt eine neue rein, ob danach die Zentralverriegelung funktioniert, weiß ich nicht. Wie gesagt, das ist jetzt hier, wir haben noch nichts kontrolliert, noch nichts gemacht, mache ich heute alles mit euch zusammen. Jetzt habe ich den Faden verloren, was ich davor gesagt habe. Der Johann auch, hat es auch vergessen. Ist nicht schön, wir machen einfach weiter. Also, wir haben in dem Fall Steckplatz 19, genau, jetzt weiß ich wieder. Wichtig ist bei so Elektrosachen nicht teilweise immer nur den Steckplatz raussuchen, in dem Fall ist es Steckplatz 19, sondern hatte der Johann letztens auch bei seinem Auto, bei dem Skoda Octavia, war eine, oder sollte ein, nee, Zigarettenanzünder hat nicht funktioniert, das typische Problem, irgendwas wahrscheinlich reingefallen, Sicherung rausgeflogen. So, du hattest auch den Steckplatz gesucht für die Sicherung, hast kontrolliert und hast zu mir gesagt, liegt nicht da dran, die Sicherung ist in Ordnung, richtig? Ja. Ja, ja. So, und was war im Endeffekt gewesen? Die Sicherung war auf einander. Ja, irgendeine andere Sicherung war kaputt, deswegen ist es immer sinnvoll, je nachdem, wo man sich die Information für die Sicherungsbelegung herholt, hier ist zum Beispiel auch kein Sicherungsplan, Mercedes hat immer schöne Sicherungspläne dabei, wenn man es nicht genau weiß, alle Sicherung kontrollieren. Ich sage immer, im Auto, auch teilweise, wenn das Auto heute, muss man in der Fahrung bringen, der hat auch, glaube ich, zwei oder drei Sicherungskästen, sogar zwei auf jeden Fall, in allen Sicherungskästen alle Sicherung nachschauen. Dann kann man sich sicher sein, dass die Sicherung definitiv in Ordnung ist. Wie gesagt, der Johann hat vor kurzem jetzt das gleiche Problem gehabt. So, haben wir ein Mikro überhaupt an? Ja, Mikro ist an. So, Sicherungsplatz Nummer 19, ich zeige euch mal grob, wo die Sicherungskästen bei dem Meriva sind. Ich meine, der vorne einen drin, der ist jetzt nicht relevant, ist jetzt eine Information für die, die halt eine Meriva fahren. Ein Sicherungskasten ist hier, ne? Da haben wir Sicherung drin, kann man mal aufmachen. Ne, das war es mit Sicherungskasten. Das ist ein Relaiskasten. Hier oder hier irgendwo oben ist ein Sicherungskasten, meine ich, noch drin. Guck mal, wie verschmuddelt. Das ist auch wieder so ein Problem. Eben, sind wir direkt heute auch wieder bei Problemen. Ich mache mal die Motorhaube hier auf, problembehaftet hier. Schaut mal, was hier wieder für ein Rotz drin ist. Und wenn das halt nicht regelmäßig sauber gemacht wird, ihr seht das hier, kann man das schön sehen, das sammelt sich alles in den Wasserkasten und die Abläufe setzen sich zu. Ich weiß jetzt gar nicht, wo er hier den Ablauf hat für den Wasserkasten. Ich glaube, die laufen bei dem Fahrzeug zur Seite weg. Und das macht euch alles kaputt, beziehungsweise irgendwann Hochwasser im Auto. So, da ist ein Sicherungskasten. Kriegen wir den auf die Schnelle auf. Einen Moment, da muss man die Kamera ein bisschen wegnehmen. So, ne? Da sind dicke Hauptsicherungen, wofür auch immer. Und ihr könnt schon sehen, ich hole mal meine Kamera. Moment, äh, meine Kamera, sage ich schon. Die Kamera hat die Johann ja an der Hand. Und Lampe, perfektes Beispiel hierfür, wenn wir mal ein bisschen Licht haben. Guck mal, was hier oben liegt. Hier sind zwar Gitter und sowas drauf, aber der Kram fliegt natürlich auch nach unten durch. Das kriegst du jetzt nicht drauf. Äh, es ist alles hier drin dreckig, ne? Wir reinigen sowas immer bei unseren Gebrauchwagen hier, dass man gewährleisten kann. So, ich mach mal wieder zu. Äh, dass die Wasserabläufe frei sind und dass unsere Autos in der Regel keine Hochwasserprobleme haben. Oder im Nachhinein Hochwasserschäden, beziehungsweise ihr wisst, was ich meine, dass euch Wasser ins Auto reinlacht. So, dann machen wir jetzt wieder zu hier. Das wird eh nochmal alles hier zerlegt und sauber gemacht. Und jetzt gehen wir zu dem Sicherungskasten, der sich im Fahrzeug befindet. Der befindet sich, wo, Johann? Links unter dem Lenkrad. So, das Zentralverriegungsproblem hatte ich ja gerade schon gezeigt. Schlüssel schmeißen wir mal eben aufs Dach. So, zweiter Sicherungskasten. Johann fehlt einfach ein bisschen mit. Hier, ne? Einfach runterreißen. Man könnte das sehen, ich würde mal so aus dem Bauch raus sagen, da befinden sich jetzt 20 Sicherungen. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, das Teil hier zu benutzen, was hier in der Regel dabei ist. Wenn es nicht dabei ist, eine Spitzzange nehmen. Das ist ein Sicherungstier. Kann man das so benennen als Spezialwerkzeug? Ja. Gut, so. Sicherungsplatz Nummer 19 habe ich jetzt recherchiert. Ist in dem Falle die Sicherung. Wenn ihr nicht sicher seid, wo 19 bei euch ist, die sind auch alle nummeriert. Das können wir euch jetzt nicht zeigen, das ist zu klein. Also es geht heute hier um die Sicherung. Das ist Steckplatz Nummer 19 für die Zentralverriegelung. Nehme ich jetzt dieses Werkzeug hier. Ich mache es eigentlich in der Regel immer mit einer Spitzzange. Das funktioniert besser. Und dann nehmen wir die Sicherung jetzt mal raus und dann gucken wir uns die an. Schauen wir mal, ob wir das filmisch durchkriegen oder draufkriegen. Da kann man es jetzt super sehen. Die ist definitiv kaputt. So, oben steht in der Regel immer drauf, wie groß bzw. wie stark die Sicherung sein muss. Und dann haben wir in dem Fall hier 20 Ampere. Und ich habe mir für sowas immer, weil ich ja auch mit Sicherung am Fummeln bin und mir Sicherung fehlen, haben wir uns einen Sicherungskasten für die großen Sicherungen gekauft und einen Sicherungskasten für die kleinen Sicherungen. Schön schickimicki hier, da wir ja öfters damit zu tun haben. Braucht ihr auch sowas jetzt für die Mini-Sicherung oder für die großen Sicherungen? Link zu so einem süßen Kasten. Hier packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Kostenden 10er. Und ich denke mal, gut angelegtes Geld für ein Autoleben, weil kannst du auch für dein nächstes Auto verwenden. Also die Sicherung jetzt, je nachdem was man hat, groß oder klein, kannst du mal zeigen. Passen halt heute universal in deine Autos. Ja, guck mal, da ist auch so ein Sicherungszieher. Ja, guck mal, da ist auch ein Sicherungszieher mit dabei. Schön in rot. Der ist jetzt hier von Herd und Bus, das ist ein bisschen teurer. Ich suche euch was raus, wie gesagt, für große und kleine Sicherungen, vielleicht auch komplett. Dann packe ich unten was in die Videobeschreibung. Sollte man sich in der Garage legen, im Keller legen, wo auch immer, ins Auto reinlegen. Deswegen eine Sicherung, so aus Erfahrung, geht bei uns hier regelmäßig kaputt. Wenn du jetzt natürlich dein Auto immer nur alleine fährst, ist es wahrscheinlich selten, dass eine Sicherung kaputt geht. Aber wie gesagt, kann hier auch sein. Wusste ich jetzt auch nicht, wieso die Sicherung kaputt gegangen ist, weiß ich an der Stelle natürlich jetzt auch nicht. Ich nehme jetzt schon mal eine 20er hier raus. Kann natürlich auch sein, wir machen jetzt die Sicherung rein und die Sicherung fliegt wieder raus. Dann müssen wir weitersuchen. Dann kann es sein, dass irgendwo ein Kurzschluss ist oder irgendwo was kaputt ist, was die Sicherung schießt. Und dann müssen wir schauen, dass wir den Fehler suchen. Dann wird das Video jetzt ein langes Video. So, wir nehmen jetzt die Sicherung. Ich nehme jetzt eine Spitzzange. Ich bin es gewöhnt, mit einer Spitzzange zu arbeiten. Und dann knalle ich die Sicherung wieder rein für alle, die auch das Problem haben sollten. Steckplatz Nummer 19 beim Eriva für die ZH-Regelung. Warte, warte, nicht so schnell. Gut, da gibt es jetzt nichts großartiges, was bei zu sehen. Besser mit oder ohne Lampe? Mit. Mit? Ja. So, rein das Ding. Und dann schauen wir mal jetzt, ob die Zentralverriegelung funktioniert. Ah, Schlüssel hatten wir am Dach gelegt. Was sagst du, lag es da dran oder nicht, Johann? Keine Ahnung. Ja, funktioniert. Funktionieren auch alle. Ja, aber funktioniert. Ich habe jetzt hier zehnmal geschlossen. Ja, das war es. Wir kommen zum Ende des Videos. Kurzes, knackiges Video. Aber wir haben bestimmt trotzdem wieder zehn Minuten drauf. Ich bin froh, wir haben das Fahrzeug repariert. Den Schaden an der Zentralverriegelung mit einer Sicherung, die, weiß ich nicht, 10, 20, 30, 40, 50 Cent, selbst wenn sie einen Euro kosten würde, drauf geschissen. An der Stelle funktioniert. Wir müssen nichts zerlegen. War eine einfache, kostengünstige Reparatur für uns jetzt natürlich. Und ich gehe mal ganz stark davon aus. Ihr könnt das mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Problem bei eurem Meriva auch schon mal habt. Vielleicht auch bei irgendeinem anderen Auto. Also, dass, Entschuldigung, bei Frost oder bei sehr tiefen Temperaturen die Sicherung von der Zentralverriegelung rausgeflogen ist. Vielleicht durch Feuchtigkeit in den Türen, whatever, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Viel Spaß beim Nachmachen. Schreibt uns was Nettes in die Kommentare. Daumen nach oben da lassen für das Video. Und wollt ihr oder du das nächste Video nicht verpassen, natürlich den Kanal abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.